ARD Text im Auftrag von Funk Hey, was geht ab? Hier ist Blade am Start. Heute spiel ich für euch Algario Teil 2. Und nur für euch... Boink! Ok, los geht's mal. Mh, 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 mh. Scheiße, Kopf, weg, weg. Komm, ich bin noch zu klein für dich. Lass mich bitte nicht. Komm her, du waschloch. Ja, komm, einer. Da muss einer kommen. Ich fühle sich so unfair spiel euch. Jeder von euch spielt hier unfair. Nicht fair. Und ja, ich hab so Spaß in Algario irgendwie. Kommt her. Olam, komm an der nächste Help of the Movie. Das ist nicht mal eine Aussage, oder? Geh weg, geh weg. Happy. 2017? Neeein. Are you fucking crazy? Scheiße. Ich schwör. Immer ich. Come on. Ich muss jetzt groß werden. Immer klein. Nein. Bitte häng nicht. Bitte häng nicht. Oh. Geh raus. Es hängt. Nein. Ey, warte mal. Oh, je. So will ich. Nein, behinderter Leo. Also. Er hat Hack gemacht. Es ist auch schlimm. Es ist auch schlimm. Es ist auch schlimm. Also, ich meine, mein Name steht. Lese mal. Bleat. Bus. Okay. 260. Also. In Level. Ich bin jetzt nicht gut. Aber trotzdem bin ich eh gut. Also. Wollen wir mal beginnen. Ich weiß gerade. Hier ist blöd am Start. X-Atomic am Start. Also. X-Atomic wurde mal sehr gut. Weil. Endlich war Scheiße. Das ist für Lania. Es ist für Lania. Ich bin der Welt, ich bin der Tag.